Weiß nicht, ob das auf YouTube kommt, aber hallo YouTube. Wir schauen uns heute die Demo an zu Into the Dead, Our Darkest Days an. Ich hatte mal, glaube ich, YouTube-Format damals. Are you ready for a demo? Oder weißt du, wie ist es? Are you ready for a demo? Kein Ding, habe ich mir vor zig Jahren ausgedacht. Hat nie geklappt. Mal schauen, was das hier erwartet. Ich habe keine Ahnung, was es hier geht. Aber ihr müsst wissen, es ist eine Testvision der Alpha-Demo. Also, wenn Bugs oder andere derartige Dinge passieren, wir können nichts dafür. Hell yeah, Amerika. Interessant. Natürlich. Das ist überall, oder? God bless America. Scheiße. Scheiße. Die Impfungen Es waren die Impfungen Das ist meine Ansage Daryl und Leo Interessant Hector und Dave Daven Penny Interessant Waffenschmied Eintreffsicher Abgestummt Eisenermalen Schnitzerei Schlecht gekocht Atemnehmen Kraftvollig Schwung Unersättlich Getriebe Festung Schlaflosigkeit Ausbrecher Leichtgewicht Interessant Okay Das Hört sich gut an Cool Wollen wir doch Ich wusste nicht Ich dachte man spielt einen bestimmten Charakter tag mittwoch dieser ort ist klein geeignetes versteckt dieser ort ist kein geeignetes versteckt man sollte ich lesen die barrikaden sind marode und es gibt hier kaum genug ressourcen um zu überleben wir müssen schnell wie möglich ein neues versteck finden und dann aus diesem drecksloch fliehen ziel ein neues versteck finden und umziehen oh gott phasen hier tag ist in zwei phasen und zurzeit tag und nacht während einer phase kannst du überleben der situation zu weisen um gegenstände sich herzustellen ihr dürfte zu erfüllen oder zu plündern städtige aktion um die phase zu beenden um den überlebenden deiner um und den überlebenden eine aufgabe zu zweit erkundungsstation an der erkundungsstation beauftragst du die überlebenden damit ihre näher liegende orte nach ressourcen zu durchsuchen das bild beginnt wenn die aktuelle phase beendet ist angst und toten wenn sie aufheizen zumindest dieses mal es erinnert mich an die oh mein gott ich sterbe ich wo sind unsere zombies in unserem haus ich habe keine bretter man macht sie was oder kein interessant gibt es hier gibt es hier loot muss meine maus denn es gibt keine maus oder ja dann darf ich laut sein oder dann erkunden wir mal ein bisschen ja was haben wir zombie dichter niedrig bildungswerkzeuge das erinnert mich ein bisschen an dem ding wie heißt es the war within oder irgendwie sowas heißt es kannst du aufhören zu bauen entschuldigung madame danke entschuldigung entschuldigung wir hätten wir noch drauf oh shit okay ich will auch zuhauen kein tutorial okay ich will es nicht so krass sind faustkampf soll ich noch irgendwas wissen sprinten steuerung schleichen okay springen leiterste pap rucksack okay mal lieber leise sonst sterb ich genau okay interessant interessantes setting okay looten okay was haben wir klee macht immer gut bestimmt auch gut ganz leise ja wir schleichen geht zur tür ohne blick hinzuwerfen ah du kannst durchpiken okay ist jetzt nur eine muss ich vorbeischleichen mal zu okay so man kann vermeiden groß fleisch ja mit gemüse okay why not ah interessant cool aussichtspunkte neue orte entdeckt günstige platten graffiti griffith und söhne eisenwaren press was was ich kann es wohl nicht ausschmelden bleibt kirche harvard harvard scherde sehr gut mal was auch wir benutzen kleidung trinkwasser bier ja schau scherde scherde kann ich da hinten rein nein ich stelle aber kann in den gangflächen rein oh ja boi boi easy, ich habe schon Angst gehabt Kann ich sie looten? Oh! Handball! Holz! Metall! Geil! Benzin! Geil! Aber wieso kann man jetzt auch nicht looten? Nacht! Mittwoch! Muss ich das abgeben, oder? Hector hat erschöpft erlangt. Ja, wir bauen jetzt mal ein bisschen Bretter, oder? Wie baue ich das jetzt? So? Na, oder? Hör mal auf. Die andere soll's machen. Und du gehst pennen. Oh Gott, wie laugt er. Okay, Aktion bestätigen. Funktioniert das so? Oder sind wir jetzt tot? Hector hat erschöpft verloren. Sehr gut. Und er hat eine ganze Nacht Bretter durchgeackert. Aber es hat funktioniert, I guess. Dann wirst du weitermachen. Und du gehst... Und du gehst... Oh. Ich hab's gegessen. Okay, passt. gut dann gehen wir wieder raus, aber ich habe keinen Dietrich mehr gell, der ist weg er verliert mit jeder Phase mehr Erholung, das ist ja fies, naja, ein bisschen Nachteil muss man auch haben günstige Platten, Zombie-Dichte-Niedrich, let's go, ja, ja, das reicht schon, eine Axt reicht, ich habe jetzt leider keinen Dietrich, aber ich muss eher drücken, oder? ich glaube, ja Interessantes Konzept günstige Platten Donnerstag, 21. August das war jetzt vor kurzem so, wir pieken erstmal rein ist groß Töte alle Untoten, um hier einzuziehen Pst, pst jawoll jawoll Schöner Hinterkopf Sieht ihr mich da oben? Nein Geil So, wir sollten erstmal oben klären, oder? Oder unten, erstmal unten klären Da ist ne Tür, Digga Jemand ne Tür blockiert Warte, bis sie wieder zurückläuft, weißt du? Dann schleifen wir uns auch an Ruhig sie, ey, wenn sie zurückläuft, gehen wir hoch Hey, wenn sie zurückläuft, gehen wir hoch Jawoll Ab So Ach, schau mal, hier ist ne Bergbank Interessant Boah Ist hier nix, Digga Ah, lol Ich kann sogar mal mit Maus bewegen, ok Holzküste Oh, da liegt was Fuck Ist der cool, oder steht da auf? Ich hoffe, du bist cool Hab's nur ein Bett, Digga Ist es zu zweit? Kommt gut, hab's Tode, cool Hallo und friendly Please don't shoot Uh Oh fuck Wow, 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 wow Back up Back up Back up, bitch Ne, Digga, sind die schnell Jetzt hab ich nicht erwartet Meine Angst ist kaputt Ne, doch nicht Alter, die rennen ja, Alter Ich dachte, die sind langsam Du zeigst Du zeigst mir Discord nicht an, dass du streamst Hast du das ausgestellt? Nein Ich hab, nein, ich hab's Bei mir kam die Nachricht, dass ich live bin Als ich live ging Passt schon Du zeigst mir Du zeigst mir Du zeigst mir Re-subscribe Dankeschön Wieso lag die Animation? Wow, wieso hat das gelaggt? What the fuck? Okay, das müsste ja clear sein Das haben wir gelohnt, oder? Nee Essen, geil Wackelt mir voll Ab morgen geh ich in Black Ops 6 rein Hab heute Game Pass im Stream gewonnen Boah Nicht schlecht, Digga Nicht schlecht Ich hab auch schon überlegt Aber Mal schauen, mal schauen Ich versuch noch durchzuhalten Bis Stalker 2 rauskommt Mal schauen Tja, was lassen wir da? Was kann ich da lassen? Zucker Kaffee bauen Bratpfanne als Waffe Okay Passt mir in die Holzkiste Okay Ich glaub Simon hat auch noch Du kannst gleich mit Simon reingehen Hat auch noch Okay, passt Ah, du hast geschafft Schau weg hier Nacht Donnerstag, 21. August Ja, sehr gut Front Liberty wird langsam ein wenig eintönig Ja, ich hör schon Ich fühle dich auch langsam ein bisschen Du kannst schon weitermachen Habs aber erstmal gestartet Ja, Front Liberty meinst du Ja, Front Liberty meinst du So, Kollege, du gehst wieder pennen Der andere kann ackern Aber auch schon, der Ding hat ja auch wieder gestreamt Deswegen hat der FT gestreamt Wobei die läuft Kannst schön weitermachen Really, er hat gestreamt? Nice! Er hat gestreamt, ja Ich könnte hier umziehen tatsächlich Aber da ist noch ein Bett drin Was Schwachsinn ist Was Schwachsinn ist Komm ich da hin? Das ist zu weit weg Dann muss ich mein Versteck verlegen Wahnsinn, wir probieren es auch mal Let's go Fuck, schon Freitag Handwerkstation an der Bergbank Kannst du gegenstände eine neue Station herstellen Mit denen du dein Versteck erweitern kannst Jetzt ist es gut, dass wir gewechselt haben Dietrich Dietrich Interessant Ah Cool, cool, cool Sollten wir was bauen? Das kostet Zeit Vermute ich mal Sieben Mitglieder in Gilde 2 Das Ding wird nichts, glaube ich Die müssen mal Werbung machen Die machen ja keine Werbung Posten die auf irgendwas? Kochbereich Dietrich Das hier Bin auf jeden Fall drin Kein Plan Okay Ja Ich hoffe es ist was Die Leute sind ja nicht gekommen Die noch rein wollten Also ich Da fehlen noch ein paar Leute, glaube ich Kyla ist erschöpft Dann kannst du ja Pen gehen Das hört sich so laut an, Digga What the fuck So, wir gehen Blundern Ah, schau mal an Ding ist fertig Geil Ich hab noch Ich hab noch Also ne Naja, kann ich schon mal Das ist ja gar nichts gebracht Ich hab heute morgen grüne Lithos gefarmt mit zweiten, tja Geil Geil So, wo ist meine Hallo Zombies Er steckt mich halt Eisenbahn 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 Griffith Griffith und Söhne Und Söhne Eisenbahn Ups, Verschichtung Ich seh schon Suche nach Stellen Leck Leck Interessant, okay Cool Ganz leise Schnell Ich seh schon mal Auf Söhne Was? Mach auf, steh auf, mach was. Kann ich vorbeischleichen? Ach, das ist ein Mensch, ach so. Ich trau dir. Drei Zombies! Ach, die schleiche vorbei. Soll ich in der Last of Us, oder? Gier, ich bin gierig. Okay, interessant. Was war das über Schusswaffenteile? Oh Gott, wo ist das? Ruhe bewahren. Schwarze Bett auf dem Boden hängt, eine Checkliste draufsteht, vor der Abreise, Kleidung einpacken, bum bum, alle Türen verriegeln. Wer weiß entdeckt. Der könnte töten eigentlich. Guck mal, wir können aufs Dach klettern gleich. Genau, es schallt durch die ganze Stadt. Ich hab ihn draufkloppen, es schallt durch die ganze Stadt. Oh, Essen. Was man auf dem Dach kippt? da ja kleines fernglas nicht mehr sachen freispiel wollten taxi der popo 2 waching mit galaxy zone spieler asino hülf hülf sos Ich will noch Treppe runter da laufen, gucken was da so geht. Geht das? Ich schon, ja? Oh Gott, hab ich eine Lack, Digga. Das ist, kommt, das kommt von den Impfungen. Ich zeig's euch. Fuck, ist das dunkel? Geht da rein? Ne. Oh fuck, da aukt jemand. Basie. Hab mir jetzt eine Blaulichtfilterbrille bestellt. Blaulichtfilterbrille bestellt. Habe jeden Tag Kopfschmerzen. Ach ja, ja, ja. Ich hab auch schon gedacht, dass es schon da sein soll. Ja, ich hoffe das hilft. Aber ja, ich glaub, also wegen, ich glaub, so oft bin ich jetzt auch nicht am Rechner, dass ich's brauche. Aber es ist bestimmt Leute, die im Büro hocken oder halt Leute den ganzen Tag zocken, zum Beispiel. Oder halt streamen. Bestimmt hilfreich. refrain ruhig. Also im Silen ES weiter Derek. Fall fitnessfilterbrille oder holen? Die shit. wer toll痾… Was LAURA tun! Ich bin geb corsaponön. Ich habeopoly hab echt geforigine. Ich base zu Eymaßigkeiten. Können wir das abbauen? Wie heißt das Spiel, was ich da kenne? The War Within? Das ist fucking World of Warcraft, die LSD. Wie heißt dieses Spiel, was auch so seitlich war und im Krieg spielte? Kriegsspiel. Von der Seite. Ah hier. Wie heißt das? Ah ja, This War of Mine. Das meinte ich. Da krieg ich so viele Vibes. This War of Mine. Genau. Das wird doch nichts. Okay. Genau so funktioniert das. Was kann man in Deckung gehen? Das verstehe ich nicht ganz. Du bist ein Tiefdicht aber ab. Oh, Haltzeug. Oh, Haltzeug. Okay. Ich glaube, das war ein netter Eindruck vom Spiel. Ich finde es eigentlich ganz charmant. Tatsächlich. Halt mich sehr an This War of Mine. Ja. Genau. Die geht jetzt hoch. Pennen. Aber was auch immer du machst. Tschüss. Und ich verabschiede mich von YouTube. Danke fürs Zuschauen. Lass gerne ein Abo da. Like und folg mir gerne auf Twitch. Und ja. Tschüss.